Ja, das ist schlimm, ich habe meine Spiegeleier nicht gefilmt. Guten Morgen! Wir sind jetzt auf dem Weg zur Meistersingerhalle nach Nürnberg, nach Nürnberg in Nürnberg und werden dort heute ein tolles Meeting. Wie heißt denn das eigentlich? Ist auch egal. Eine Klausurtagung. Team Barcamp. Team Barcamp haben. Und ich habe natürlich drei Spiegeleier gegessen und eine Latte Macchiato getrunken. Und ich habe gestern gelernt, Latte Macchiato ist ein Nahrungsmittel und kein Getränk. So sieht das aus. Weil meine Kollegin hat nämlich 70 Kilo in einem Jahr abgenommen. Wahnsinn! Mittagessen. Und das gibt es hier. Sehr schön. Lecker, lecker. Das ist meine Ausbeute. Unser tolles Team Barcamp ist vorbei und jetzt sitzen wir hier. Also hier, mein Liebling, da ist er. Mein Lieblingstrainer. So, wir sitzen jetzt hier. Oh, ich bin ja total rot. Es ist doch so eine Hitze hier in Nürnberg. Und woanders stürmt es gerade. Und ich habe gerade erfahren, dass mein Gunter Gabriel gestorben ist heute. Gunter, peace. Ruhe in Frieden. Wir sehen uns wieder. Ja, und wir sitzen jetzt hier gerade bei einem Tapasmenschen. Die sprechen Italienisch, aber es ist Spanisch und es ist total lecker. Das zeige ich euch jetzt mal an. Oh, cool, ne? Ich habe hier so Ziegenkäse und so andere Sachen. Also richtig toll. Haha. Haha. Hihi. Oh, cool.